So, kurz noch was zu trinken geholt. Und dann hoffen, dass das Typ, das Viech uns dann nicht wieder, das Typ vor allem, das Viech uns jetzt nicht wieder angreift. Das scheint ja wieder ein Special Gegner zu sein. Müssen wir jetzt nicht machen. Die schaffe ich ja vielleicht, wenn ich dann mal die anderen Missionen noch mache. Aber erstmal geht es uns hier um die Hauptmission. Also, ihr Drecksviecher. Auf ein weiteres. Bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her. Ich stelle mich extra jetzt hier hinten in die Ecke. Nein, es kommt! Okay. Weg, 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 weg. Hä? Hilfe? Könntet ihr bitte von uns ablassen jetzt? Okay. Alles gut. Die können doch jetzt nicht ernsthaft von uns verlangen, dass wir das Viech besiegen sollen. Ich meine, die anderen Gegner hier kriegen wir ja locker platt. Aber das ist halt so platziert, als wenn man das wirklich besiegen soll, aber... Merkwürdige Platzierung. Wenn wir wirklich schon so hochgelevelt sein sollen, dass wir das eigentlich besiegen können, dann... Naja. Werden wir heute wohl nicht mehr so weit kommen, denke ich mal. Okay, dann schnappen wir uns noch, was wir mitnehmen können. Wo ist die andere Tour? Waren die nicht zwei? Egal. Also, weg mit dir noch. Wunderbar. Und dann mal alles schnappen, was hier noch so liegt. So und so. Da bist jetzt, glaube ich, nur noch du. Ja. Also, ignorieren. Es liegt hier auch keine blöde Schatztruhe mehr im Weg. Ich glaube, wir können aber eh durch die Schatztruhen durchlaufen. Das heißt, ich bin, glaube ich, vorhin eher an der Tür festgehangen, als an der Truhe, wie ich erst dachte. Ist ja gut, Spiel. Dann mache ich halt die Handlungsnotiz auf, wenn du mich da oben jetzt die ganze Zeit mit vollen Nervenwilds. Rieden von Meck und Mel scheinen die Überreste eines antiken Flugschiffs zu sein. Die Älterzylinder sind im Zylinderspeicher des Schiffs. Kann die Handlungsnotiz jetzt verschwinden? Ich habe sie gelesen. Danke. Dann hält nicht. Dann bleibt es da oben halt die ganze Zeit penetrant im Bild stehen. Tefra-Hintereingang. Genau, aber wir sind am Ziel. Der Zylinderspeicher. Da hätten sie die Kanonen. Wir können Kodoli 9 von hier aus sehen. Also, wir sollten diesen Abschnitt geschafft haben. Irgendwie. Wir haben es überlebt. Müssen Sie mich raten, das geht nicht? Jep. Können wir noch nicht führen. Und es mag keiner. Nicht, man mag uns. Wir können keine Handlungsgespräche führen. Ich habe Angst. Ich glaube, man kann hier wirklich überall runterfallen, wenn man möchte. Und diesen Sturz werden wir nicht überleben. Ja. Es ist voll von Äther-Cylindern. Hey, warum müssen wir hierher kommen, um sie zu holen zu holen zu holen zu holen zu holen? Well, refining die Äther takes a long time down there. Und manchmal sind die Äther-Cylindern zu holen zu holen zu holen. Schork? 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 Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber es sieht aus, dass wir sie haben, um sie zu holen zu holen zu holen. Z und A, alle auf einen, alle greifen den von... Ah, okay, wir können Befehle geben. Guck, dass ich das nicht mehr wusste. Z plus B, alle greifen eigenmächtig an. Z plus nach unten, alle zu mir. Alle stellen den Angriff ein und versammeln sich um den Anführer. Okay, somit können wir besser fliehen, denke ich mal. Dann lass uns mal auf den konzentrieren, okay? Erstmal Verteidigung senken. Dann drauf da. Dann ins Schwanken bringen. Okay, liegt schon am Boden. Verteidigung senken, beziehungsweise war noch, aber ich hoffe, das wird jetzt verlängert. Jupp, der erste Effekt ist gerade ausgelaufen. Verdammt, verkackt, aber egal. Was haben wir hier? Senkt Wut, stärkt physische Techniken. Okay, damit können wir von uns quasi die Rage ablenken. Und gleichzeitig unsere physischen Fähigkeiten erhöhen. Jetzt sollten wir uns mal schnell heilen. Aber das haben wir doch irgendwie hingekriegt. Na, wenn's Mekon gewesen wären, hätten wir denen doch keinen Schaden gemacht. Ich glaube, sie waren etwas von der Zivilisation, die dieses Fahrzeug gebaut haben. Sie sahen nicht wie Mekon für mich. Aber warum haben sie nur jetzt aufgelaufen? Ich weiß nicht. Wenn es nicht wir waren, was hat sie dann hervorgerufen? Oh, was ist passiert? Oh, was ist das? Das Geräusche. In der Zivilisation! Oh, oh, es ist ein... Es kann nicht sein. Was ist das? Nein, weiss! Nichts. Mekon! Wie? Und das werden wir nicht ohne Grund gefragt vom Spiel aus, ob wir nicht das erste Mal, dass das Spiel uns fragt, ob wir nicht mal speichern wollen. Kapitel Ende. Ich würde sagen, Level 10 ist ein gutes Level, um Kapitel zu beenden. Also, ich würde behaupten, dass wir jetzt nicht schlecht gelevelt sind. Wir könnten deutlich besser gelevelt sein. Aber ich vermute, dass Level 10 fürs erste Levelende ganz okay ist. Der Mechon. Ein großer Mechon, 10 Carrierer und ein ungewöhnter Unions aus dem Carrierer. Du Idiot. Warum haben Sie diese Leute gesehen, bis sie auf uns waren? Aber, Herr, wir denken, dass der Mechon alles auf sich verletzt hat. Hey! Was ist passiert? Respond! Antiair-batterien 1, 2, 3. Warum sind meine Systeme auf der Seite? Nicht ein einziges Mal in die Kolonie! Assemble everyone who can fight. Evacuate the civilians to the shelter. Get a move on! Yes, sir! Fire at will! We got it! No, wait! What? Our weapons don't work on them at all! What type of Mekon is that? I've never seen one like it. You slackers fire! Shoot it down! Stop! Stop! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Dann machen wir mal einen entspannten Ausflug, nicht wahr? Ist ja alles in Ordnung. Dann können wir ja ganz entspannt wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Und wir sollten doch jede Erfahrungspunkte mitnehmen, die wir nehmen können. Erstmal verkacken, sehr schön. So, Melexe, verschwinde. Bitte komm nicht her, Kumpel. Wir haben halt noch nichts verkauft und wir haben auch noch nichts gekauft. Ich hoffe, das ist kein Fehler gewesen. Sie hat uns gesehen. Nein, lauft! Hier können wir ja immer noch nichts mit anfangen, auch wenn es hier so auffällig blinkt, denke ich mal. Aber es hat gereicht, um weit genug wegzukommen von dem Viech, was da vorne in der Tür backt. Ich glaube, es kommt nicht zurück, weil wir die Tür nicht öffnen können, aber zumindest läuft es in eine Richtung und sieht uns nicht. Und den ganzen Weg zurück. Ja, okay. Genau so sieht es aus. Aber, wenn wir hier nicht gegen alles kämpfen, können wir ja rein theoretisch auch einfach durchblaschen. Ich meine, wir können hier geradeaus einfach durch und dann sind wir ja schon wieder am Eingang. Wenn wir dem nicht zu nahe kommen, greift es uns ja nicht an. Weil besiegen können wir es nicht, auch wenn wir Level 10 sind. Das hat uns ja beim letzten Mal jeden von uns gewonnen. Und da waren wir Level 8, also... Also, Rain im Team zu haben, ist allein aus dem Grund schon mal wichtig, dass wir halt mit unserer Attacke, mit unserer pinken Attacke, die wir haben, können wir halt Gegner zum Taumeln bringen. Und Rain hat eine Attacke, der taumelnde Gegner, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, umwerfen kann. Und wiederum Fiona, äh, Fiora hat eine Attacke, die am Boden liegende Gegner besonders vernünftig treffen kann. Also, man kann hier schon coole Kombinationen draus machen. Nur, es wird halt, je mehr Charaktere man hat und je mehr Fähigkeiten diese Charaktere haben und man kriegt auch mehr Charaktere, äh, mehr Fähigkeiten, als da unten in die Boxen passen. Das heißt, man kann später auch ausrüsten, welche Fähigkeiten man ausrüstet und welche nicht. Umso komplizierter wird das ganze Kampfsystem natürlich. Deswegen meinte ich ja schon mal, dass das Kampfsystem eben nicht einfach ist. Außerdem, wie man es vielleicht aus Smash kennt, um mit so einem... Spoiler ist es nicht. Um jetzt mal so ein bisschen vorwegzugreifen, wenn man eventuell später ein anderes Schwert besitzt, dann hat dieses andere Schwert eventuell verschiedene Formen. Monado Arts, wenn einem das was sagt. Und somit hat man dann auch nochmal komplett unterschiedliche Kampfstile. Und es wird einfach immer kompliziert und kompliziert. Also, ich hab das Gefühl gehabt, ich hatte halt elf Stunden Spielzeit drauf, wie man da gesehen hat. Ich war Level 29 und ich hatte immer noch Tutorial nach Tutorial bekommen. Also, das Kampfsystem hat nie geendet. Es kam immer und immer und immer mehr dazu. Und da ich irgendwann zwischendurch auch aufgehört hatte, die Tutorials zu lesen, wurde ich dann halt irgendwann super überfordert. So, ich muss jetzt so ein Handviech nochmal finden. Dann haben wir zumindest nochmal eine Mission abgeschlossen und kriegen dadurch nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Außerdem, wenn das jetzt noch geht, würde ich nicht direkt ins Dorf gehen, sondern... Ich meine, es ist ja jetzt hier gerade nur ein riesen Angriff auf das Dorf. Von daher, wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, als wenn wir irgendwie Stress hätten oder so. Würde ich vielleicht gucken, ob wir jetzt am Strand jetzt mal zu dritt auf Stufe 10 dieses etwas stärkere Viech da jetzt so endlich mal herausfordern können. Zum gefühlt siebten Mal. Ob es dann jetzt endlich mal klappt. Ein betendes Raub vor allem. Was betet das denn zum heiligen Raub? Oder... Da ist ein Handhasit! Endlich! Erfahrungs-Punkte! Jawoll! Also, da betendes Raub uns nichts gebracht hat, brauchen wir den nicht herausfordern. Hasendioden haben wir auch mehr als genug. Kleines Mück. Haben wir auch schon welche von Besiegt auf dem Weg hierher und haben auch nichts für bekommen. Wir mussten irgendwie ein anderes Mück besiegen. Ach, hier wären so viele Handhasits gewesen. Na gut, dass ich die... Dass ich die... Dass der einzige Ort war, bei dem ich auf dem Hinweg nicht hingelaufen bin. Hätten wir die Quest schon deutlich früher abschließen können. Ja, die Musik sagt uns vielleicht, hey du, ist jetzt nicht die allerbeste Zeitpunkt, um hier super viel zu leveln. Bitte lass mich hier nochmal links abbiegen können. Die Erfahrungspunkte können wir sicherlich gebrauchen. Wir dürfen hier nochmal links abbiegen. Sehr nett. Ist das Viech noch da? Jawoll! Okay, mein Freund. Lange Zeit haben wir gewartet. Du bist Level 5. Also komm schon. Auch wenn du ein stärkerer Gegner bist. Verteidigung senken. In den Rücken stechen. Ins Wanken bringen. Umwerfen. Wieder Verteidigung senken. Ein bisschen Rage von uns wegnehmen. Ja, easy! Geht doch. Und das war meine Herausforderung. Also bitte. So. Libertas Glyphine 9er Kappe. Schön. Schöpferschutz. Ich glaube, V ist ein episches Item. Also ich glaube, wir haben wieder die typischen RPG-Farben. Blau für selten. Und lila für episch. Ich weiß nicht, ob es auch noch wieder irgendwie legendär gibt als goldenes Ding. Aber es ist auf jeden Fall das erste lila Item, was wir gefunden haben. Eventuell sollten wir unsere Ausrüstung auch nochmal schnell anpassen. Ich habe da sowas im Gefühl, dass das eventuell nochmal notwendig werden könnte. Und dafür sollte ich mal wieder die richtige Taste drücken. So. Gruppe. Easy First Strike. Genau. Hat keiner gesehen, dass das anders gelaufen ist. So. Das ist besser, dass wir sie aktuell ausgerüstet haben. Ähm. Ich finde, es sieht halt teilweise so doof aus. Es wird bestimmt irgendwie möglich sein, dass wir wieder sagen können, hey, ich würde gerne neue Sachen ausrüsten. Aber ich würde gerne unsere Standardoptik behalten. Moment. Ich glaube, wir werden momentan eh häufiger physisch angegriffen als irgendwie anders. Es sieht halt manchmal echt dumm aus. Es ist einfach, ich werde da mal, man kann bestimmt, kann bestimmt irgendwie sagen, hey, bitte hab Standardoptik. Kann ich irgendwie auf Details zum Beispiel, äh, nee, kann ich auf, hier auf, nee, kann ich einfach nur den Charakter wechseln. Ich kann sortieren. Ich kann nicht sagen, du sollst so aussehen, aber was anderes ausgerüstet haben. Na gut, dann sehen wir halt manchmal doof aus. Ist halt so. Wechseln wir mal auf Rain. Was können wir bei dir alles so wechseln? Haben wir eine bessere Waffe? Haben wir natürlich... Oh, what? Okay. So viel zu Waffe haben wir natürlich noch keine bessere. Wir haben sehr viele bessere Waffen. Dann nimm mal das. Und hier ist auch alles besser als das, was du hast. Und hier ist auch alles besser als das, was du hast. Ja, Ausrüstung lässt das Aussehen verändern. Ist cool, aber auch strange, wenn man eine bestimmte Optik vor dem Charakter gewohnt ist. Äh, das ist auch besser als alles, was du sonst hast. Und dann noch doof. Gehen wir auch hier mal auf physische Ausrüstung. Vor allem sieht ein und dieselbe Ausrüstung an jedem Charakter auch anders aus. Das heißt, das, was bei Schulk jetzt zu dieser komischen blauen Ritterrüstung gewesen wäre, würde bei Rain anders aussehen, als es bei Fiora aussehen würde. Also für jeden Charakter im Spiel hat jede Ausrüstung eine andere Optik. Also da hat man super viel Mühe reingesteckt. Muss man den halt auch definitiv mal loben. Das wurde auch im zweiten Teil rausgenommen. Tja, man wurden ein paar Features rausgeschmissen im zweiten Teil. Ich habe aber nur von vielen Leuten gehört, dass der zweite Teil trotzdem unfassbar gut sein soll. Also von daher werden diese Features wohl nicht unbedingt negativ aufstoßen, weil wahrscheinlich andere positive Features dazu gekommen sind. Ich habe halt den zweiten Teil halt wirklich... Ich meine, es war eine Stunde gespielt. Vielleicht anderthalb... Weil ich dann nie gesagt habe, okay, aber bevor ich das hier spiele, muss ich unbedingt Xenoblade Chronicles 1 nochmal durchspielen. Nochmal vor allem. Erstmals durchspielen. Wenn ich die Cutscene vorhin richtig gedeutet habe, wird Dunbar vermutlich nicht zu Hause sein. Es sah ja aus, als wenn er versucht hat, loszugehen. Ich habe auch eine Vermutung, wo er hingegangen sein könnte. Okay, wie wir schmuckert haben, bis auf das Monado kann keine Waffe dem Mechoness schaden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Einem umgeworfenen Mechoness kann jedes Gruppenmitglied Schaden machen und das ist wichtig. Jetzt werden dann nämlich diese ganzen Sachen beigebracht, von denen ich vorhin gesprochen habe. Wir müssen nämlich erstmal eine Attacke ausführen, die den Statuseffekt Schwanken auf den Gegner bringt, damit wir dann eine Attacke ausführen können, die den Zusatzeffekt Umwerfen auf den Gegner bringen kann. Und nur dann können wir denen momentan Schaden machen. Dementsprechend muss ich jetzt mit Schulk, den Gegner direkt am Anfang des Kampfes, steht hier auch nochmal, greife den Gegner mit einem Drehschlag an, um ihn schwanken zu bringen. Das ist nämlich die einzige Fähigkeit, die wir jetzt mit Fiora nicht dabei ist, haben, die den Gegner ins Schwanken bringen kann. Und Rain ist der einzige, der momentan die Fähigkeit mit Niederschlag hat. Und das müssen wir ebenso kombinieren. Das heißt, wir machen jetzt das. Wie ihr seht, wir machen hier ansonsten keinen Schaden. Das Ding ist... Warum haben wir ihn jetzt nicht ins Schwanken gebracht? Ich habe ihn doch damit getroffen. Muss ich ihn damit von vorne treffen? Von vorne lässt Gegner schwanken. Okay, habe ich mir noch nie durchgelesen. Also jetzt von vorne angreifen, damit schwankt er und jetzt kann Rain ihn umwerfen und dann können wir ihm Schaden machen. Aber das so Tutorial war, mussten wir ihn nicht besiegen. Und genau das, was du gerade sagst, Cake, das ist das, was ich eben meinte. Einige der Kleidung sieht einfach total merkwürdig aus, wenn man gerade bei Shulk. Shulk kenne ich jetzt sehr persönlich. Ich habe ihn auch erst durch Smash 4 kennengelernt. Und erst nach Smash 4 habe ich Xenoblade Chronicles das erste Mal gespielt. Und wenn man halt einfach seine Optik kennt und die dann eine andere Ausrüstung gibt, ist das total merkwürdig. Und dieser Helm auf hier zum Beispiel jetzt auch gerade, der sieht auch aus. Also es gibt halt, das Ding ist halt leider, dass die Ausrüstung teilweise halt auch einfach ein bisschen stupid aussieht. Aber trotzdem, wie gesagt, man hat super viel Mühe reingesteckt und jeder Charakter hat quasi Ausrüstung, die dann für ihn nur so aussieht. Also wie gesagt, diese blaue Kleidung, die Shulk gerade trägt, die kann nur er tragen. Diese Rüstung kann jeder andere auch tragen, aber die sieht auf jedem anderen anders aus. Also man hat sich super viel Mühe damit gegeben. Es ist sicherlich ein cooles Feature, aber ist immer das Ding, dass man denkt, okay, ich habe jetzt eine super geile Ausrüstung, aber die sieht dann einfach total stupid aus. Wähle das Spezialtechnik-Symbol und drücke runter, bis das Fliehen-Symbol erscheint. Okay, das gibt es sogar, hätte ich vorher mal wissen sollen. Drücke dann A, um den Kampf abzubrechen und davon zu fliehen. Habe ich bislang immer anders gemacht. Wir haben halt keine Chance, gegen die zu kämpfen, deswegen wird uns das jetzt hier beigebracht. Wir müssen fliehen. Es dauert einfach Ewigkeit. Wir müssen jeden Gegner einzeln rumwerfen. Einen Kampf gegen Gegner aus der Entfernung anlocken. Okay, alles gut. Wir haben momentan einfach nichts, womit wir gegen Mekon kämpfen können. Und wie gesagt, Donbund ist nicht zu Hause. Aber es gibt eigentlich nur eine einzige Sache, wo Donbund hingehen könnte. Übrigens auch hier ist überall Blut auf dem Boden. Wir haben vorhin festgestellt, dass diese Viecher Menschen, also die ja Homs heißen hier, fressen. Ich habe damals gedacht, merkwürdig, dass das Spiel ab 12 ist. Ja, jetzt ist es. Du, blabstig Mekon! Du denkst, dass du das nicht in unserer Kolonie verhörstest? Der Körnel! Der Körner! Der Körner! Mann! Du, nicht diese Position! Ja, 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 ja! Rune, und ich te schäuze! Ich werde dich selber töten! Ein Mekon mit einem Gesicht. Na, wenn man den nicht kennt. Ich bin ein Mekon mit einem Schrauben, aber ich bin ein Mekon mit einem Schrauben. Was ist noch? Danke für die Information. Ist jetzt auch ganz wichtig, was für eine Tageszeit wir gerade haben. Ist ja nicht so, als wenn gerade unsere komplette Kolonie drauf geht. Der Eingang ist versperrt. Er hat mir das Casual-Turnier versaut. Zusätzlicher Hass. Der einzige Grund, ihn zu hassen, ist nur, weil er dir das Casual-Turnier versaut hat. Nicht wegen anderen Dingen. Shulk, die Entrance. Nein, wir werden jetzt nicht in den Kopf kommen. Warte, lass mich hier denken. Rhein, Biora. Da ist noch die mobile Artillerie. Genau. Wenn wir es mit den Eter-Cylindern rechnen, können wir unseren Weg in. Es ist in dem Residenz-District. Great. All right. Das ist es. Zeit für den Kolonel und die Jungs. Also ich habe einen anderen Grund, Metal-Face zu hassen. Weil ich, wie gesagt, schon mal einen Moment weiter vor dem Spiel gespielt habe. Hat es sich jetzt auf jeden Fall gelohnt, dass wir diese fünf Meter nochmal laufen durften. Mal von hinterher. Rein. Looks like you and I will have to cut a path through them. Looks like it. Fiora. Rein and I will open up a path. Then you can run through. You two can't do this by yourselves. I wanna fight as well. Get through. We'll be right behind you. But Shulk? A year ago. Dunban and the Defense Force fought hard to protect the colony in all of us, Homs. Now it's our turn to repay them. Please, Fiora. Shulk. Rein. Don't look so worried. We'll just get rid of these ones. Shulk won't get a scratch. Okay. I believe you. Go now, Fiora. Ryan. Huh? You take care too. Of course. Looks like she trusts me after all. I told you. Na dann. Gibt's jetzt wohl keine andere Möglichkeit mehr, außer zu kämpfen. Werf mal so viele wie möglich um, Ryan. Da hat er einfach unseren Statuseffekt mit dem Schwanken weggemacht. Das wäre, glaube ich, die Fähigkeit gewesen, die Gegner umwirft, die er gerade gemacht hat. Leider hat er vorher mit seiner anderen Fähigkeit hat quasi unsere Schwanken negiert. Können halt momentan echt nicht viel machen, außer zu warten. Deswegen sind die Meckern momentan halt auch so underleveled, in Anführungszeichen. Ausführungszeichen. Sehr schön. Jetzt können wir zumindest mal einen... Erledigen wollte ich sagen, aber ich habe ja leider vergessen, dass ich ihn noch extra auswählen muss. Das macht halt keinen Sinn, die anzugreifen. Wir machen halt einen Schaden. Also wir müssen halt echt den Schwanken bringen, hoffen, dass er sie umwirft. Ich finde es halt gut, dass die starken Gegner alle im Hintergrund stehen und nichts tun. Konnte man nicht irgendwie auch den Gruppenpartner selber wählen? Also den Gruppenanführer selber wählen? Oder muss man sich jetzt echt darauf verlassen, dass er im richtigen Moment die richtige Fähigkeit macht? Ich habe halt Angst, dass ich das Tutorial überlesen habe vorhin. Greif ihn jetzt an! Mann! Schon wieder zu spät. Die Meckern verlieren halt ihre Effekte, die sie auf sich haben, halt auch super schnell. Jetzt aber! Ich hasse ihn! Wir haben halt nur fünf Sekunden Zeit, die Attacke zu machen. Okay, aber was wir tun können, ist die Angriffskette beginnen. Dann mache ich nämlich erst einmal das. Und dann macht Ryan das. Damit haben wir ihn endlich umgeworfen. Und dann ist er auch weg! Damit sind wir den Stärksten von denen, die jetzt gerade hier sind, nämlich schon mal los. Denkst du, ich lese mit den Chorals durch? Ja, das ist leider echt das Problem an Xenoblade Chronicles 1. Wenn du nicht jedes Tutorial liest, dann kann es sein, dass du gerade das Wichtigste für den nächsten Kampf verpasst. Klar kannst du jederzeit alle Tutorials nachlesen, du musst halt erstmal wissen, welches das Richtige ist. Also ich habe, glaube ich, keine Rage, deswegen kann ich das gerade nicht machen. Oh komm schon, Ryan macht die richtige Fähigkeit. Jawoll! Da war es nämlich nur noch einer. Und da das Volles... Können wir das nochmal richtig machen. So. So. Und so. Und so. Geht doch. So, das waren die drei leichtesten von denen, die um uns rumstehen. Das war eine close one. Du warst niemals für diese Sachen. Du gehst. Ich werde hierher beachten. Du bist zu tief in der Luft, um mich zu überzeugen. Sag mir über das. Ryan, hinter dir! Ich bin hier! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Halt! Halt! Oh Gott! Der Monado! Sorry, ich hab dich erwartet. Damba! Woah! Ja! Der Monado! Das ist warum du bei Hause arbeiten willst. Ich dachte so. Das ist das, was ich erwartet auf sehen. Ready, lad? Wunderbar. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Chance gegen diese Drecksviecher zu gewinnen. Denn wie ihr seht, ist Dunban auf Level... Oder wie du siehst, Cake zumindest. Ist Dunban auf Level 20. Und wird diese Level 6 Meckern schon besiegen können. Auch wenn wir null Schaden machen. Meckern? Shulk, wo ist Fiora? Das Residenz-District. Wir haben gesagt, wir hätten sie dort treffen. Sieht, wie wir den langen Weg umgehen. Okay, dann kümmern wir uns das Kommerz-District. Ja! Im Grunde genommen bestehen die Kämpfe jetzt daraus. Warte ab, bis dann, wenn Leute kaputt haut. Und das lasse ich ihm auch mal tun. Weil das halt relativ easy verdiente Erfahrungspunkte sind. Und ich hab schon wieder... Mann, ich muss wieder echt ein anderes Setup versuchen. Vielen Dank, Follofronke. Ich glaub, so spricht man das aus. Follotfronke. Ich weiß nicht, wie mein Name ausspricht. Es tut mir leid. Aber danke für den Follow. Mein Setup ist echt nicht optimal, dass ich von meinem Sitzplatz aus nicht sehen kann, wer von uns... Ich hab schon die Idee, wie ich das verbessern kann. Aber das... Muss ich dann fürs nächste Mal machen. Ja, Fiona ist leider allein. Also eigentlich haben wir sie ja da hingeschickt, weil sie da sicherer war. Aber da haben wir ja nicht damit gerechnet, dass Dunban jetzt auftaucht mit dem Monado. Ja, was heißt We can do it? Ich steh halt hier rum und fahrt raus, dass du das machst. Also Dunban. Vertraue dir. Aber man kann an den Statuswerten da links auch nicht erkennen, dass Rain vielleicht der Tank werden sollte. So, der hat halt auf Level 11 fast so viel Leben wie Dunban auf Level 20. Wie gesagt, wir könnten jetzt hier auch einfach durchlaufen. Aber es ist, glaube ich, schon sinnvoll, zumindest die Erfahrungspunkte mitzunehmen, wenn man hier welche geschenkt bekommen kann. Aber vermutlich eher. Ich mach das jetzt erstmal nur bei den Großen. Also bei den Größeren. Die Kleinen bringen halt so gut wie nichts. Bei dem da zum Beispiel. Da konnten wir nicht mal einen Backslash setzen. War hier noch so ein Großer oder war das der einzige Große, der hier noch stand? Ich glaube, das war der einzige Große, der hier noch stand. Dann können wir den Kleinen hier mal ignorieren. Ja, von mir aus, wenn er jetzt schon... Wenn er will, dann können wir ihn halt auch noch zerstören. Ich meine, ich will hier keinen seinen Wunsch zerstören. Dunban, hallo! Ich warte auf dich! Nochmal bitte! Danke sehr! Ah, da sind noch mehr Erfahrungspunkte. Wann denn die Erfahrungspunkte? Auf sie! Greif ihn an! Greif ihn nochmal an! Greif ihn nochmal an! Musst jetzt keinen großen Angriff chargen. Das reicht schon. Danke sehr. Okay, wir müssen den Umweg nehmen. Hoffentlich reicht es zeitlich. Frage ist halt, warum greifen sie ausgerechnet jetzt an? Oh, nein. Das ist meine Zeit! Schulk! Nein! Ich werde dich töten! Schulk! Schulk! Was ist passiert? Schulk! Wo ist das? Was ist passiert? Was ist das? Wow, Schultz ist ziemlich großartig. Wie kann das das sein? Schultz benutzt das Monado. Was war das? Schultz, mehr Cochina. Rein? Rein. Rein, Dunbar. Ich habe dein Geist. Schultz, fühlst du gut? Ich bin okay, aber da war etwas strange. Jetzt war es so, als ob ich in die Zukunft sehen konnte. Ist das ein anderes Macht von Monado? In die Zukunft? Was sagst du? Ist das sicher, Schultz? Ja. Ich verstehe. Ich habe Dixon gesagt, dass Monado ein Geist hat. Könnte das nicht sein? Was? Nicht über das jetzt. Nur glaubst du, was der Monado dir gezeigt hat und kämpft. Ich habe es. Ja, Cake, tatsächlich ist das der Ursprung der Down-B. Und wir können was tun. Monado aktivieren. Schultz, nur Spezialtechnik nennt sich Monado aktivieren. Toller Name. Aktiviere das Monado, um das Menü mit den Monado-Techniken aufzurufen. Monado-Techniken sind besonders effektiv gegen Mekon. Wer hätte damit gerechnet? Bekämpfe Mekon mit normalen Techniken und Monado-Techniken. Verleiht der Gruppe Kraft, Verzauberung und Schmetterschlag ist ein mächtiger Angriff. Wer hätte damit gerechnet? Oh, verdammt. Zusatzschauen gegen Mekon! Oh, nebber. Okay, das könnte jetzt alles ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, Fiora kommt so lange klar. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich beim letzten Mal, es ist wie gesagt vier Jahre her, das heißt alles, was ich mich erinnere, kann auch komplett falsch sein, aber ich meine, da war ich Level 12. Als ich da hinten angekommen bin. Was sind solche Kleinigkeiten? Die habe ich noch einigermaßen im Kopf, obwohl das vier Jahre her ist. Möglichst allen Waffen, Mekon. Wäre das jetzt auch mal sinnvoll, dass die anderen halt jetzt auch Schaden machen können, aber ich mache auch erstmal den extra Schaden, was soll's. Jetzt machen ja eh alle Schaden, wo umgeworfen ist. Ich denke mal, 12 erreichen wir nicht mehr, aber... Na, vielleicht schon, wenn wir jetzt hier alles noch mitnehmen. Wir könnten nur noch mal zurückgehen und die anderen dann erledigen, aber... Das klappt schon irgendwie. Ja. So, zum Glück können... Dann würden die Gegner auch jetzt schwanken bringen. Das heißt, die müssen sich jetzt nicht nur auf uns verlassen, damit sie beiden auch Schaden machen können. Können das auch schon ganz alleine, wenn die sich einigermaßen absprechen. Ich glaube, die CPU kann sich besser mit der anderen CPU absprechen, als ich mich mit der CPU absprechen kann. Na komm, jetzt macht mal alle Schaden, bitte. Also, ich würde sagen, solange mehr als ein Gegner da ist, macht es auf jeden Fall Sinn, die Fähigkeit zu nutzen, dass alle Schaden machen können. Weil wir mit der starken Attacke halt immer nur einen treffen können. Und umwerfen können wir auch immer nur einen. Ja, könnte noch klappen mit Level 12. Die bringen schon einiges in Erfahrungspunkten hier, auch wenn die nur Level 6 und so sind. Werft ihn um. Sehr gut. Dann den großen hier noch. Dann nimm das! Und nimm das! War das gerade echt 2300 Schaden? Gut. Reicht nicht, bis der Level 12 ist hier schon. Ich dachte, wir mussten da noch hoch den Berg. Wir sind im Wohnviertel. Und er hat ein Gesicht. Und er hat ein Gesicht. Und nicht mal das Monado macht Schaden. Und nicht mal das Monado macht Schaden. Aber nicht verlieren Sie Ihren Fokus! Danke! Was? Geoslag! Ah! E-Nicht! Was? Elektrische Guttbusters! Der Monado! Es funktioniert nicht! Hey! Was bedeutet das? Wie kann das sein? Der Monado sollte Mechon durchlaufen. Was ist das? Was ist das Licht? Es gibt andere Mechon nicht. Das könnte... Das könnte sein, weshalb der Monado nicht hat. Sure! Gut! Geh jetzt! Bleib zurück! Ich nehme es von hier! Nein! Du kannst es nicht mehr nehmen! Was? Ah! Everyone! Geh jetzt! Jetzt! Fiora! Was? Was? Was das ich zeigst nicht? Fiora! Geh zurück! Ich werde nicht mehr alone gewzen. Wir werden wir Save Colony 9 loslegen! Fiora! Geh jetzt! Ach! Rauch! Du willst mehr? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No! Fiora! No! Ich werde dich töten! Ich werde dich töten! Keke, weißt du jetzt, warum ich meinte, dass ich Metal Face aus anderen Gründen hasse? Und das ist genau die Szene, die ich meinte, die mir halt bis heute sowas von in Erinnerung geblieben ist Ab jetzt heißt es, wie ich auch Metal Face oder Metal Gesicht im Deutschen Und ich habe mich halt schon immer gefragt, warum dieses Spiel ab 12 ist Ich werde dich töten! Ich werde dich töten! Was ist das? Was ist das?